Hallo, heute beschäftigen wir uns bei den Lockdown-News mit den Schulöffnungen und einem geplanten bundesweiten Schulstreiktag am 26. Februar, der Lage von Arbeitslosen in der Pandemie und neuen Rekordausgaben für Krieg und Militär. Am Dienstag hat erneut die Bund-Länder-Konferenz getagt und den Lockdown im Wesentlichen verlängert. Eine wichtige Ausnahme sind jedoch die Schulen und Kitas. Hier sollen die Länder einzeln entscheiden, wie es weitergeht. Zwei Drittel der Bundesländer planen ihre Schulen jetzt noch im Februar wieder für jüngere SchülerInnen ebenso wie für Abschlussklassen zu öffnen. Schon in der Vergangenheit wurden bei solchen Öffnungsschritten grundlegende Schutzmaßnahmen nicht genüge getragen. Immer wieder kam es deshalb zu Schulstreiks von SchülerInnen in verschiedenen Städten, unter anderem in Essen, Saarbrücken und in Frankfurt am Main. Nun gibt es erstmalig einen bundesweiten Schulstreik und Aktionstag am 26. Februar. Dazu aufgerufen hat das Bündnis für gerechte Bildung, welches aus SchülerInnengruppen, Eltern und Lehrkräften aus verschiedenen Teilen Deutschlands besteht. In ihrem Aufruf kritisiert die Initiative die Schulpolitik scharf. Während der Staat Milliarden für die Profite riesiger Unternehmen bereitstellen würde, würde er nicht genug tun, um wirklich sichere und gerechte Bildung während der Pandemie zu gewährleisten. Betroffen seien SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte. Sowohl da, wo die Schulen geöffnet sind, da sie sich mit den aktuellen unzureichenden Schutzmaßnahmen gesundheitlicher Gefahr aussetzen, als auch da, wo Schulen zubleiben, da viele SchülerInnen nicht gut genug ausgestattet sind und Eltern doppelt belastet werden. Sie müssten Homeschooling für ihre Kinder organisieren und gleichzeitig weiter die Profitwirtschaft am Laufen halten. Tatsächlich sind die Vorbereitungen für die jetzt anstehenden flächendeckenden, sich ausweitenden Schulöffnungen mangelhaft. In vielen Schulen sind ein Jahr nach Beginn der Pandemie noch immer keine Leihgeräte angekommen, um Online- und Wechselunterricht wirklich gut und für alle zu ermöglichen. Luftfilteranlagen werden weiterhin nur spärlich angeschafft. Es gibt keine kostenlose FFP2-Masken für SchülerInnen, noch immer gibt es zu wenige Schulbusse, um eine mögliche Anfahrt zu entzerren. Eine bundesweite Teststrategie mit massenhaften Schnelltests ist bisher nicht in Sicht. Ganz zu schweigen von dem jahrzehntelangen Versäumnis, zu wenige Lehrkräfte für zu große Klassen zu haben. Wichtige Maßnahmen finden nur vereinzelt und unkoordiniert statt. In den Schulen bleibt es meistens dabei, dass bei eiskalten Temperaturen gelüftet wird, die SchülerInnen ihre Masken selbst mitbringen und es Einbahnstraßen auf den Gängen gibt. Um nun die eigene Stimme und Forderungen hörbar zu machen, rufen deshalb die Initiative Gerechte Bildung für einen bundesweiten Aktionstag am Freitag, den 26. Februar auf. Dort soll es zu Streiks, Kundgebungen und kreativen Aktionen kommen. Wir werden darüber berichten. Kommen wir als zweites zur Lage von arbeitslosen Menschen in der Pandemie. Diese werden besonders hart getroffen. Wer arbeitslos wird, bezieht vom Staat das Arbeitslosengeld I, wenn die Person zuvor eine Zeit lang Arbeit hatte und damit auch in die Versicherung eingezahlt hat. Dann kann man als alleinstehende Person auf 60% des Nettogehalts kommen. Mit Kindern sind es 67%. Schon das ist ziemlich hart, vor allem für diejenigen Menschen, die schon vorher im Niedriglohnsektor gearbeitet haben. Noch problematischer wird es, wenn man länger als ein Jahr arbeitslos ist. Für die meisten heißt es dann, dass sie Arbeitslosengeld II erhalten, auch Hartz IV genannt. Hartz IV wurde im Jahr 2003 im Rahmen der Agenda 2010 von der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder eingeführt. Damit sollen Arbeitslose motiviert werden, schneller in die Erwerbstätigkeit zurückzukehren, unter allen Umständen. Die VerliererInnen dieser Politik sind seit jeher die BezieherInnen von ALG I und ALG II. Denn jeder noch so unpassende Job gilt als zumutbar. Auch bei Überqualifizierung und übelsten Arbeitsbedingungen müssen Jobs angenommen werden, da sonst Kürzungen des Arbeitslosengelds drohen. Arbeitslose lassen sich sogar häufig auf die schlechteste Bezahlung ein, einfach um der Hölle des Jobcenters zu entkommen. Verbunden mit der Reform der Resozialleistungen waren unter anderem auch Lockerungen des Kündigungsschutzes und ein größerer Spielraum für Unternehmen mit Zeitarbeit. Seither boomen in Deutschland der Niedriglohnsektor und prekäre Arbeitsverhältnisse. Die Gewinner sind bis heute die Unternehmen, die ihre Profite so enorm steigern konnten. Abgewickelt wird das Ganze über das Jobcenter. Die sogenannten Kunden des Jobcenters sind auf die Gunst von SachbearbeiterInnen angewiesen. Im schlimmsten Fall müssen sie mit Sanktionen rechnen. Die Sachbearbeitenden können ihnen auch noch das letzte bisschen Geld kürzen, welches sowieso kaum zum Leben reicht. Besonders perfide ist, dass die Bearbeitenden und Jobcenter-Bosse selbst ein finanzielles Interesse daran haben, ihre Kunden so schnell wie möglich in neue Arbeitsverhältnisse zu drängen. Denn ihre Vermittlungsversuche sind kein Akt der Güte, sondern berechnendes Kalkül. Für jede Vermittlung winken ihnen Boni, sie profitieren also selbst von der Ausbeutung von ArbeiterInnen. Auch Sanktionen gegenüber Arbeitslosen sichern den Angestellten der Jobcenter höhere Einkommen. In der aktuellen Krise ist die Situation der Betroffenen besonders schwierig. Während aktuell viele Menschen darüber frustriert sind, nicht mehr zu Konzerten, zum Vereinssport oder ins Café gehen zu können, ändert sich an der Situation für Hartz-IV-EmpfängerInnen in dieser Hinsicht nicht viel. Sie sind ohnehin von all diesen Sachen bereits ausgeschlossen gewesen und werden systematisch in die soziale Isolation gezwungen. Das vermeintlich bedürfnisorientierte Hartz-IV hält nicht im Ansatz, was es verspricht. Menschen, die ALG-1 oder ALG-2 beziehen, erhalten während des Lockdowns keinen Ausgleich für viele Mehraufwendungen. Erhöhte Strom- und Heizkosten, Desinfektionsmittel und Seifen werden immer noch nicht abgedeckt. Einige Erleichterungen kommen mit massiver Verspätung. Erst Ende Januar hat die Koalition beschlossen, dass Hartz-IV-EmpfängerInnen Berechtigungsscheine ihrer Krankenkassen für kostenlose FFP2-Masken erhalten sollen. Und erst Anfang Februar, fast ein Jahr nach Beginn der Pandemie, hat das Jobcenter einen Mehrbedarf für Drucker und digitale Endgeräte anerkannt, damit Kinder am Unterricht teilnehmen können. Derweil wird der Zugang zu gesunden Lebensmitteln weiterhin erschwert, da zum Beispiel die Kosten für Obst um durchschnittlich 14,2 Prozent und die für Gemüse um 26,3 Prozent gestiegen sind. Die lächerliche Erhöhung des Regelsatzes um 14 Euro zum 01.01.2021 läuft also komplett ins Leere. Die Ärmsten des Landes wurden von der Politik offensiv ignoriert. Während die überbezahlten Abgeordneten im Bundestag sich selbst regelmäßig höhere Entlohnungen und Pensionen zuschanzen, gönnten sie den Arbeitslosen nicht einmal in der Pandemie ein Mindestmaß an Erleichterungen. Erst jetzt, wiederum viel zu spät, wurde endlich ein Corona-Zuschlag von 150 Euro beschlossen. Sozialverbände und Gewerkschaften haben kürzlich eine Anhebung des Hartz-IV-Regelsatzes von 446 Euro auf 600 Euro gefordert. Eine solche grundsätzliche Erhöhung wird jedoch von CDU, SPD und CSU weiterhin abgelehnt. Kommen wir zuletzt zu den neuen deutschen Rekordausgaben für Kriegsgerät. Denn während von einer Steigerung des Hartz-IV-Satzes keine Rede ist, hat Deutschland auch in diesem Jahr wieder Rekordzahlen an Ausgaben für die Rüstung an die NATO vermeldet. Nach Reinformationen der DPA hat die Bundesregierung gegenüber der NATO-Zentrale in Brüssel die Verteidigungsausgaben für 2021 auf 53 Milliarden Euro beziffert. Im letzten Jahr waren es noch 3,2% weniger, nämlich 51,4 Milliarden Euro. Seit 2015 hat Deutschland seine Ausgaben für Militär- und Kriegsgerät damit um 60% gesteigert innerhalb von nur sechs Jahren. Dennoch meint die Bundeswehr in ihrer aktuellen Finanzbedarfsanalyse für das nächste Jahr, sie sei chronisch unterfinanziert. In Deutschland laufen die Aufrüstungsbestrebungen derweil weiter auf Hochtouren. Die Diskussion über die Bewaffnung von Drohnen ist nur ein Beispiel hierfür. Mit über 50 weiteren Projekten soll die deutsche Armee weiter modernisiert und kriegsfähig gemacht werden. Das war's schon wieder mit den Lockdown News. Hier noch der Hinweis auf bundesweit geplante Aktionen im Gedenken an den faschistischen Anschlag von Hanau, der sich am 19. Februar zum ersten Mal jährt. Die Termine verlinken wir euch in der Infobox. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, teilt ihn in eurer Story oder in eurem Feed. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.